Ja, hallo liebe Italien-Freunde. Heute ist Sonntag, der 1. Mai 2022. Neuer Monat, neue Einreisebestimmungen. Es ist eigentlich leichter geworden, denn es fällt dieses digitale Einreiseformular weg. Das heißt, was ist gleich geblieben, obwohl es eigentlich Gerüchte gegeben hat, dass es mit Ende April ausläuft. Es wurde um ein weiteres Monat der 3G-Nachweis bei der Einreise nach Italien verlängert. Nicht zu verwechseln mit dem grünen Pass für die Tätigkeiten in Italien, denn dort braucht man ihn so gut wie gar nicht mehr, außer bei Gesundheitseinrichtungen. Also wenn man dort ins Krankenhaus zum Beispiel geht, braucht man noch diesen grünen Pass. Ansonsten wurde er in Italien abgesackt, also abgeschafft. Das heißt nicht, dass es dieses Zertifikat nicht mehr gibt und das heißt nicht, dass man es nicht für die Einreise noch braucht. Ihr wisst ja, Gesetzestexte sind öfters relativ kompliziert geschrieben. Wir versuchen sie natürlich so einfach wie möglich auf der Webseite darzustellen. Allerdings kommen trotzdem immer wieder Fragen auf. Die häufigste Frage ist, weil ja drinnen steht, man braucht einen dieser 3G-Nachweise. Das ist ja auch richtig so. Allerdings steht dabei in der Beschreibung, dass er in englischer oder in italienischer Sprache sein muss. Was wesentlich wichtiger ist, ob er in englisch oder in italienisch ist, das ist, dass dieser QR-Code drauf ist. Dieser QR-Code ist, heißt das EU-Digital-Covid-Certificate, also das EU-Zertifikat und das muss oben sein. Jetzt spielt es dabei überhaupt keine Rolle, ob es so wie hier jetzt bei meinem Genesungszertifikat in Papierform ist oder ob man es in der App in Österreich gibt, die heißt Grüner Pass. Das Ganze sieht dann so aus. Das ist der grüne Pass. Da kann man diesen Code einfach einscannen vom Papierzertifikat, Impfzertifikat, Testzertifikat oder Genesungszertifikat. Spielt keine Rolle. Man kann das in diese App einscannen. Dann ist exakt der gleiche QR-Code, der auf dem Papier oben ist, ist dann hier in der App abgebildet. Das gleiche gibt es natürlich auch in Deutschland, das wissen wir. Da heißt es dann, zum Beispiel habe ich es hier gemacht, die Corona-Warn-App. Da schaut das Ganze dann halt, warum auch immer, ist es dann blau. Es ist aber genau der gleiche QR-Code. Das heißt, wenn ihr so ein Zertifikat habt, was diesen EU-Digital-QR-Code oben hat, dann habt ihr ja bereits diesen grünen Pass, der für die Einreise notwendig ist. Und da braucht man natürlich nur einen dieser drei Zertifikate. Also entweder ein Genesungszertifikat oder ein Impfzertifikat oder ein negatives Testergebnis, welches bei Einreise nicht älter als 48 Stunden alt sein darf. Immer wieder die Frage, was ist mit Kindern? Bei Kindern ab sechs Jahren gilt das gleiche wie für Erwachsene. Sie müssen ein Testzertifikat oder eben eines dieser 3G-Nachweise mitführen. Wie kann ich jetzt überprüfen, ob mein Zertifikat in Italien für die Einreise gültig ist? Grundsätzlich, wenn dieser QR-Code funktioniert, wenn es eine Gültigkeit hat, dann wird es funktionieren. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, man kann diese offizielle App vom italienischen Gesundheitsministerium herunterladen. Die heißt Verifika C19. Ich werde es hier in der Videobeschreibung in den Text schreiben. Dieser ist abholbar. Und zwar allerdings ist es natürlich nur auf Italienisch verfügbar. Das ist tatsächlich eine App vom italienischen Gesundheitsministerium. Genau mit dieser App werden diese Zertifikate gescannt. Oft hört man ja in den sozialen Medien die tollen Kommentare. Man braucht nichts. Vergesst das. Reißt einfach rein. Bitte hört nicht auf solche Stimmen. Es gibt Stichprobenkontrollen. Diese können sein bei der Grenze. Diese können auch sein bei der Mautstation. Die können auch sein bei einer ganz normalen Verkehrskontrolle mitten im Land. Man ist schon zwei Tage hier und wird kontrolliert. Normale Verkehrskontrolle. Da kann genauso gut diese Einreisebestimmung mit abgeklärt werden. Und wenn man dann nicht diese Zertifikate hat, dann kann es natürlich relativ ungut sein. Dann kommt man nämlich in Quarantäne. Da könnt ihr euch natürlich dann bei denen bedanken, die euch geraten haben, das nicht mitzuführen. Es ist vergleichbar mit dem Führerschein. Man wird so gut wie nie kontrolliert für den Führerschein. Es wird deswegen keiner auf die Idee kommen, dass man diesen zu Hause lässt. Gehen wir zurück zu dieser App, zu dieser italienischen Verifikat C19-App. Da kann man jetzt in dieser App auswählen, ob man diesen Basisgrünenpass, das ist die 3G-Regelung, testen möchte, ob man den verstärkten grünen Pass Rafforzata überprüfen möchte, das ist die 2G-Regelung. Oder Visitatore RSA, also Besucher in Gesundheitseinrichtungen bzw. RSA sind ja diese Altenheime. Oder eben der vierte Punkt, Ingresso IT. Ingresso ist der Eintritt, also der Eintritt nach Italien. Das ist jetzt der wichtigste für die Einreise, also der, was die Touristen jetzt noch betrifft. Das heißt, ich nehme Ingresso IT, Confirma, Confirma heißt bestätigen und unten, das ist eh schon dieses Zeichen, dieses QR-Zeichen, da drücke ich drauf. Dann muss ich natürlich noch bestätigen, dass diese Kamera aufnehmen kann und dann geht dieser Verifizierungsprozess schon los. Ich kann meinen Papiercode einscannen. Ich kann natürlich auch einen Handicode einscannen, das spielt überhaupt keine Rolle. Das dauert ein bisschen. Valider heißt gültig, steht auch noch der Name oben und mehr passiert da nicht. Das heißt, es wird eingescannt, es wird die Gültigkeit überprüft und es steht der Name da. Natürlich sollte der Name dann auch mit der Person, die dieses Zertifikat mitführt, zusammenstimmen. Denn wenn man mit einem fremden Zertifikat reist und der Name ist ablesbar, also der kann aus diesem Code ausgelesen werden, also auch von der italienischen App, dann wäre es natürlich relativ günstig, wenn das auch das eigene Zertifikat ist. Denn, wie schon erwähnt, wer sich nicht an diese Bestimmungen hält und bei der Stichprobenkontrolle erwischt wird, muss ganz einfach in Quarantäne, muss nach fünf Tagen einen negativen Test abliefern. Der kann sein PCR- oder Antigentest, aber ich denke, man fährt nicht auf Urlaub oder auf Geschäftsreise nach Italien, um dann hier fünf Tage in Quarantäne zu sein. Daher einfache Möglichkeit, man kann diese drei, eines dieser drei Zertifikate einfach mitführen. Wer das nicht möchte, der muss sich dann wohl ein anderes Reiseziel aussuchen. Es hilft auch nicht, sich darüber in den sozialen Medien zu beschweren. Die Bestimmung wurde am Donnerstagabend letzte Woche von Gesundheitsminister Roberto, Entschuldigung, diese Woche, wir haben ja noch Sonntag, von Gesundheitsminister Roberto Speranza verlängert, um ein ganzes Monat. Das heißt, bis 31.05.2022 mindestens gilt das leider noch bei der Einreise. Wie so auch immer, die Sinnhaftigkeit, glaube ich, kann man tatsächlich in Frage stellen, aber es hilft nichts, es ist eine geltende Bestimmung und wer sich nicht an die Regeln hält, der wird bei einer Kontrolle Probleme kriegen. Wie ihr wisst, darf man ja auch gar nicht ständige Grenzkontrollen einführen. Manche sind da relativ enttäuscht, warum auch immer, dass das nicht kontrolliert wurde. Es ist auch eine gewisse Vertrauensbasis. Italien verlangt es, also soll es jeder Einreisende auch mitführen. Umgekehrt, ich glaube, jeder kennt das, wenn man im eigenen Land ist, wird oft über die Einreisenden geschimpft oder nennen wir es mal Flüchtlinge, was sich die alle nicht an irgendwelche Gesetze halten oder irgendwelche Asylanten. Über die wird recht schnell geschimpft. Aber wenn man dann als Selbstausländer nach Italien einreist, da wird das dann oft nicht mehr so eingesehen. Das ist etwas, was ich nicht ganz verstehen kann. Die Regeln von dem Land, in das ich bereise, sind einzuhalten. Ganz einfach. Und daher muss man dieses Zertifikat mitnehmen. Ich persönlich habe kein Problem damit. Das sind einfach die Regeln. Hätte ich jetzt kein Genesungszertifikat, hätte ich eben Pech gehabt, dann könnte ich nicht nach Italien einreisen. Dann kann ich natürlich schon, weil ich kann ja einfach einen Test machen. Gehe ich einfach ins Testzentrum, mache einen Abstrich, spätestens 48 Stunden, bevor ich einreise. Und in Italien brauche ich das Ganze dann nicht. Rückreise muss man sich natürlich dann wieder überlegen. Fahre ich nach Österreich oder nach Deutschland oder in die Schweiz? Schweiz ist natürlich super einfach. Da braucht man gar nichts mehr aus, so ein gültiges Reisedokument. Österreich und Deutschland braucht man ab 12 Jahren ebenfalls einen 3G-Nachweis. Da allerdings erst ab 12, für Italien ab 6. Diese unterschiedlichen Altersgrenzen, die sind leider immer noch da. Von Vereinfachung, wie es Flintenuschi uns versprochen hat, sind wir leider immer noch weit entfernt. Wir hoffen alle, dass dieser ganze Nachweis-Zirkus dann tatsächlich mit Ende Mai dann ausläuft. Omikron hat seinen guten Teil dazu beigetragen. Hoffen wir, dass es so weitergeht und dass wir das Ganze tatsächlich nicht mehr brauchen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und einen schönen Start in den Mai. Bis bald. Arrivederci und ciao.